Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren TWW Beta Heldentalent Vorschau. Heute gucken wir uns den Monk Tank an, den Braumeister, um genau zu sein mit dem Heldentalentbaum, der Shadopan. Den Meister der Harmonie haben wir uns bereits angesehen. Ich glaube in der Playlist findet ihr jetzt sogar alle Monk-Heldenspezialisierungen. Und bei den Shadopan, da heißt es, Shadopan lernen von ihren Ahnen und stellen sich ihren Feinden stolz entgegen, um ihre Lieben zu beschützen. Das passt ja schon mal wunderbar zur Tank-Philosophie. Und wir fangen an mit dem Prügelhagel. Ja, wer die Family bedroht, der kriegt schön eins auf den Sack. Pro 199.000 Schaden, die ihr verursacht, wird eine Aufladung von Prügelladung erzeugt. Pro 400 Energie, die ihr verbraucht, werden alle Aufladungen von Prügelladung entfesselt und verursachen pro Aufladung 24.000 körperlichen Schaden. Okay, also ein schönes Wechselspiel mit passivem Aufsummieren, das sich dann entsprechend entfesseln kann und einfach richtig fett eskaliert. Klingt nice. Die erste Reihe, direkten Auswahl-Talent. Stolz von Pandaria. Prügelladung hat eine zusätzliche Chance von 15% kritische Treffer zu landen. Oder starker Einschlag. Gegner, die innerhalb von 5 Sekunden nach Schaden durch Prügelhagel sterben, explodieren und fügen unkontrollierten Gegnern innerhalb von 8 Metern 50.000 körperlichen Schaden zu. Wichtig, dass unkontrollierte Gegner davon nicht getroffen werden, der wahre Prügelmeister. Und natürlich auch ein geiler Zusatz, gerade bei Big Pulse in M+. Wenn man das richtig timet. Das gleiche Ziel, innerhalb von 2 Sekunden 5 Mal zu treffen, gewährt 1% Tempo. Mehrere Instanzen dieses Effekts können sich überlappen, bis zu 10 Stapel. Präzise Kampfkunst. Eure Angriffe durchdringend 10% Rüstung. Nächste Reihe, wie dann Auswahl-Talent, Schutz und Dienst. Euer Beleben heilt euch immer um zusätzliche 30% des Gesamtwertes. Oder mit gutem Beispiel voran, Skistoß, Skiwelle und Schadensumleitung heilen euch nun um 20% des verursachten Schadens. Auch sehr, sehr cool. Ja, ich meine mit dem Beleben, diesen Wert hat man immer sicher. Wie die Skiwelle gerade springt und ob dann nicht in dem Moment die Gegner doch umfallen. Oder von hinten irgendein Caster, was auf dich schmeißt. Und der, von der gar nicht mehr erfasst wird, ist schon ein bisschen tricky. Aber wenn man das richtig getimed bekommt, du, das nimmt man natürlich auch gerne mit 20%. Das ist nicht gerade wenig. Einer gegen viele. Der verursachte Schaden durch Furohrfäuste und Fasshieb zählt doppelt für die Erzeugung von Prügeladung. Schaden von Furohrfäuste um 10% erhöht. Schaden von Fasshieb um 30% erhöht. Nächste Auswahl, wirbelnder Stahl. Beschwört wirbelnder Stahl, wenn eure Gesundheit auf weniger als 50% fällt, um eure Parierchance und Vermeidung 6 Sekunden lang um 15% zu erhöhen. Dieser Effekt kann höchstens einmal alle 180 Sekunden auftreten. Ja, nochmal ein kleiner Bonus, wenn man Low droppt, nehmen wir mit. Oder das vorausschauende Training. Wenn ihr einem Angriff ausweicht oder ihn pariert, wird der erlittene Schaden für die nächsten 6 Sekunden um 10% verringert. Und das kriegen wir ja wohl hoffentlich dauerhaft aufrechterhalten. Vorletzte Reihe. Allen Widrigkeiten zum Trotz. Prügelhagel erhöht 6 Sekunden lang eure Beweglichkeit um 1% bis zu 0,20, ich denke mal nur 20 mal stapelbar, oder? Das klingt ja auch fett genug. Effektives Training. Fähigkeiten, die ihr Energie verbrauchen, verursachen 15% mehr Schaden. Pro 50 Einheiten verbrauchter Energie wird die Abklingzeit von Waffen der Ordnung um 1 Sekunde verringert. Die sollten wir also mitnehmen. Außerdem, wachsame Beobachtung. Blackoutritt verursacht 20% zusätzlichen kritischen Schaden und erhöht den Schaden eurer nächsten Reihe von Prügelladung um 10%. All diese netten Verbesserungen führen uns zum Endtalent. Weisheit der Mauer. Nach jeweils 10 Einsätzen von Prügelhagel ereilt euch die Weisheit der Mauer und gewährt euch 20 Sekunden lang einen dieser Effekte. Kritischer Trefferschaden um 30% erhöht. Ausweich und kritische Trefferschance um 25% eures Vielseitigkeitsbonus erhöht. Prügelhagel fügt allen unkontrollierten Gegnern innerhalb von 6 Metern 50.000 Schattenschaden zu. Erhöht den Effekt eurer Meisterschaft um 25%. Das sind auf jeden Fall fette Boni für volle 20 Sekunden. Diese 10 Einsätze von Prügelhagel. Ob wir die so schnell wirklich provoziert bekommen, dass sich diese Effekte die Klinke in die Hand geben, das werden wir gleich sehen. Die Weisheit der Mauer gewährt aber nur einen dieser Effekte. Also sonst wäre es vielleicht auch wahrlich ein bisschen heftig. Dann brauchst du nur einen Monk Tank im Raid und wenn der das einmal gepockt bekommt, Junge, fällt der Boss auf jeden Fall um. Ja, liest sich ganz geil. Gebt ordentlich auf die Fresse. Und dann gucken wir es uns mal an. Was wir jetzt also versuchen wollen, ist natürlich dafür sorgen, dass wir möglichst am Leben bleiben. Aber gleichermaßen wollen wir diese Ladungen natürlich pushen. Über verursachten Schaden, über verbrauchte Energie. Und ich nehme mal stark an, hier oben, ja, haben wir diese Prügelaufladung gerade schon 10 Mal hochgesteckt. Bedeutet, unser Ziel ist es jetzt nur noch, diese Energie entsprechend zu entladen. Darauf arbeiten wir jetzt hin. Ich habe hier gar nicht meinen Tritt der aufgehenden Sonne gebeindet. Der würde vermutlich da noch ganz gut mit reingehen. Da hat man als Monk Master dann mit dem Tankbaum natürlich auch eine ganz andere Schadensreihenfolge und Philosophie. Junge, was war das denn? Das ging ja komplett nach vorne. What? What? Oh mein Gott. Okay, also wir sehen, wenn wir hier Schiefer brauchen, dann geht oben diese Prügelladungsladung nach oben. Und was wir dann machen müssen, ist den entsprechenden Schaden noch rauskloppen. Und wenn wir das dann getan haben, dann ist das gar kein Problem. Das Teil wird einfach entfesselt mit den ganzen Verbesserungen, von denen wir gerade schon gelesen haben. Das ist natürlich insane. Das Ganze funktioniert im AOE dann vermutlich auch ein bisschen schneller als im Single Target. Und dann hätten wir ja noch verschiedene Verbesserungen, wie auch unsere Waffen der Ordnung, die da mit reingehen. Und da sehen wir es schon wieder, boah, also wenn irgendwas die Namen Prügelladung verdient, dann ja wohl dieser Effekt, diese Fähigkeit, oder? Holy Shit. Und der Monk Tank, der kann auf jeden Fall guten Schaden machen. Auch im Single Target nicht zu verachten, aber gerade im AOE, ja. Wenn ich daran denke, was der da nicht alles um sich werfen konnte. Also da hat man, glaube ich, mit diesem Schadensverbrauch und auch der zu verbrauchenden Energie erstmal noch weniger Probleme. Und im Zweifelsfall kann man ja auch einfach so ein bisschen hinterher spammen, ne. Das ist ja dann Jacke wie Hose, da geht es nämlich schon wieder los. Also vielleicht kann man sich da dann auch restgelungs- und rotermäßig ein bisschen drauf spezialisieren, dass man entweder generell, ja, drauf achtet und sich da eben in so einen neuen Rhythmus einarbeitet. Oder wenn man sieht, okay, ich habe jetzt oben schon wieder die zehn Ladungen seit einer halben Stunde offen. Ja, vielleicht sollte ich dann immer, wenn das passiert, doch ein bisschen umschwenken von der Defensive, mehr in die Offensive gehen. Aber gut, liebe Tanks, das würden wir gerne häufig einfach so entscheiden. Da hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was drumherum so passiert. Aber man kann, denke ich, auch mit diesem Timing arbeiten. Ich glaube, da ist eine Menge Luft, um das wirklich zu optimieren, um eine gute Synergie mit diesem Effekt irgendwie hinzubekommen. Und umso häufiger man das eingeübt hat, umso vertrauter man mit den Fähigkeiten des Mönches ist, umso besser läuft das dann natürlich auch. Also fette Optik, schöne Ergänzung und das Auslösen passiert doch auch mit einer gewohnten Regelmäßigkeit, auf die man sich dann, denke ich, verlassen kann. Dazu dann noch hier die Weisheit der Mauer. Da funktioniert der Tooltip mit der Anzeige noch nicht so. Also 0% obendrauf bekommen klingt jetzt weniger verlockend, als wir das ursprünglich gelesen haben. Aber erst mal Bühne frei für den Shadowpan, oder? Warm, Junge. Da geht es wieder rein. Das Ganze kommt mit einem passenden CD natürlich nochmal wilder. Unsere Waffen der Ordnung war, glaube ich, ursprünglich die Kyrianer-Pakt-Fähigkeit, oder? Da ziehen wir hier direkt mal schön alles, was wir so ready haben, beschwören noch den Schwarzen Ochsen. Ja, alles ist ein bisschen heftiger. Die Gegner kriegen noch einen Debuff draufgesetzt, durch den die mehr Schaden durch uns erleiden. Nyozao generell ist dafür bekannt, ordentlich aufzustampfen und ja alle schön zu vermöbeln, die irgendwie vor uns stehen. Ja, und dann kommt natürlich dadurch, dass wir auch mehr Schaden verursachen, nochmal schneller diese Prügelgeschichte zustande, ja. Wenn man denn gewillt ist, da auch den nötigen Schaden zu drücken. Die Animation dabei ist natürlich auch richtig schön. Nicht mehr dieses Blau aus den Schatten landen, da direkt Prügelladung hinterher, ja, einwandfrei. Sondern eben dieses grünliche, was wir von Monk und diesem ganzen Schini- und Jade-Schlangen-Gedöns ja sehr gut kennen. Also da bin ich auf jeden Fall großer Fan von Nyozao, haben wir so ja hier auch nochmal mit dabei. Aber das wird sicherlich je nachs gelungen. Am Ende sowieso ein bisschen anders aussieht, ne, von Monk zu Monk, von Braumeister zu Braumeister. Ich finde aber, auch als nicht so aktiver Monk, ist das eine richtig schöne Sache. Eine wirklich fette Animation und auch etwas, was natürlich in die Lore hervorragend eingearbeitet ist. Also gerade durch MOP-Remix haben wir, denke ich, alle die Shalopan wieder ein bisschen mehr auf dem Schirm. Und haben da mit denen durchaus ein bisschen Questen gegen das Schar kämpfen können, ne. Und so ein bisschen die Philosophie von denen kennengelernt. Und wenn die im Endeffekt damit zu tun hat, dass wir Gegnern einfach heftiger die Zähne ausschlagen, naja, dann sind wir doch dabei. Jo, Freunde, das zum Braumeister. Nebenbei stecken ja auch noch ein paar Sachen hoch, ne, hier so ein bisschen Beweglichkeit. Oder dann eben über unser Beleben, wenn wir es geskillt haben, ne. Wenn wir hier schön spontan noch einen mit reinheilen, du. Boah, da haben wir auch direkt noch, was war es, 30% Bonus. Dann verringern wir ja auch die Abklingzeit von den Waffen der Ordnung, wenn es gut läuft, ne. Können uns da noch schneller drauf verlassen. Nebenbei Single-Target, AOE. Hauptsache es knallt, alles muss leuchten, alles muss brocken. Und schon haben wir auch den ein oder anderen himmlischen Erhabenen wieder dabei, der hier hilft. Gefällt mir auch ziemlich gut, muss ich sagen. Shalopan, bam. Einfach noch schickere Furore-Fäuste, ja. Wer will uns aufhalten, Leute? Dankeschön fürs Reinschauen. Hoffe die Vorschau hat euch gefallen. Und dann sehen und schauen wir uns in den nächsten Videos wieder, wenn ihr wollt. Macht es gut. Haut rein. Und... Schau raus. What's... ... ... ...